Es ist echt verrückt, dass du lieber mit Tieren abhängst als mit Menschen. Ja, Tiere haben es mir einfach angetan. Ich habe George gerattet, da war er zwei Jahre alt. Allein, der niemals überlebt. Er vertraut dir absolut. Gestern Abend war George zwei Meter groß und wog 225 Kilo. George, alles klar, Buddy? Du hast Angst, ist schon okay. Jetzt ist der drei Meter groß und wiegt fast 500. Was passiert mit meinem Freund? Wissen Sie, was eine Genomeditierung ist? Die Veränderungen sind absolut unvorhersehbar. Ist er der Einzige? Oh, Sie wussten nichts von dem Zehn-Meter-Wolf? Ihr werdet angegriffen! The world is a failure! Heftiger Tag, ne? Wissenschaftliche Experimente, die vom Himmel fallen. George in dem Flugzeug zu transportieren, ist ein schwerer Fehler. Ach, wir haben das schon im Griff. Dann retten wir mal die Welt. Ich hab's gleich wieder. Hab's gleich wieder. Sie müssen ganz Chicago evakuieren. George hat es nicht gewollt. Die werden ihn umbringen. Aber nicht mit mir. George! Ist da irgendetwas im Fluss? Ich hab' gerade gedacht, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Riesen-Krokodil. Der Handlinger erst geht. Borger T reads. Gehalt echter. Gehaltеше차� im Fluss. Förlaim. Der Handlinger. Der Handlinger. Der Knall. Vöge. Der Randlinger. Untertitelung des ZDF, 2020